Hallo und herzlich willkommen im Gut und Farniershop im genussvollen Netfen. Heute spreche ich euch an, liebe Männer, tut euren Frauen was Gutes, nämlich Auszeit für die Lady. Gibt es bei mir im Laden, könnt ihr hier kaufen oder auch bestellen. Im Einzelnen sind die Komponenten ein Sekt aus Kaltstadt, aus der Pfalz. Dazu empfehle ich die Grissinis, das heißt Füße hochlegen, Sekt einschütten, Grissinis knabbern und der Abend kann kommen. Also halte ich für die richtige Variante. Sollte es ein bisschen früher, bereits zum Kaffee schon anfangen, würde ich hier ganz klar den Kräutertee sorgenlos nehmen. Nach der dritten Tasse ist auch entsprechend die Entspannung da. Dazu gibt es Cookies aus dem Glas mit Smarties. Super lecker, knackige Schokolade. Meine lieben Herren, denkt dran, tut euren Frauen was Gutes und bleibt genussvoll.